Zumindest eben in dieser Übersichtsseite ging das... Scheiße, dann kann man ja sogar in der Mission das wechseln. Egal, wenn du keine Muni mehr hast, wechselst du einfach die Klasse. Ich glaube ja nicht, dass das funktioniert. Ich würde mich da wundern. Jetzt müssen wir aber theoretisch zur Lobby, weil die Welt sind drei, man kann ja grad schon. Mach das nächste. Lobby, und dann, das ist auch noch die... Das war eigentlich zu viel. Entschuldigung, Entschuldigung. Spiel mit Freunden. War mein Fehler. Äh... Spiel einrichten. Heißes Pflaster. Einfach, nur für Freunde. Spiel erstellen. Jetzt müsst ihr wieder ein Spiel haben. Jo. Jetzt aber... Also für einfach fand ich das schon... ein bisschen anspruchsvoll fast. Nein. Ein bisschen. Aber witzig. Auf jeden Fall. Alle da? Da können wir ja schon mal starten. Und dann können wir ja eh noch irgendwas gleich auswählen. Naja, wenn wir's könnten. Hm? Oh doch, ich kann Ausrüstung aus. Zusätzliche Kabel oder dicke Haut. Mehr Schaden eigentlich. Kann ich die Munitionstasche jetzt nehmen. Ja, aber jetzt kannst du mit Tab auswählen. Ob Unterstützung, Scharfschütze oder Sturmangriff. Weiß denn da der Unterschied? Ich nehm ne Scharfschützen. Nehm mal Unterstützung. Ey, wie kannst du das auswählen? Ich kann mit Tab drücken. Ja, und dann, wenn du Tab gehalten hast, musst du eins, zwei, drei gleichzeitig. Also Tab halten und dann eins, zwei, drei drücken. Ach doch jetzt. Ach so, eins geht nicht, weil einer von euch schon das hat. Offenbar. Ich kann nur zwei und drei wechseln. Ja, eins steht bei mir wahrscheinlich schon da. Nein, ich kann nicht sein. Von Ruf abhängig. Sturmangriff geht noch nicht. Ah, fünf von acht. Oder? Ne, 48. Du musst Stufe 48 sein. Um Sturmangriff werden zu können. Verstehe. Du hast Stufe eins von 48 wahrscheinlich. Genau, weil das heißt ja auch Rufentwicklung, nächstes Upgrade. Das heißt auf jeden Fall. Ach nee, der Post, Ruf 8. Jetzt gesperrt vom Ruf abhängig und dann 8 steht da. Nomenon, was nimmst du denn dann? Dicke Haut oder Präzision? Oder hast du nur die dicke Haut? Ich hab hier eine Präzision. Ich hab dicke Haut und Kabelbinder. Ich nehme Kabelbinder, weil das geht relativ schnell der Geiseln mitzunehmen. Ja, aber pass auf, das was du in der Tab, also bei mir ist es so, wenn du Tab drückst und das was du auswählst, ist nur wohin sich der Ruf entwickelt, weil ich hab immer nur noch diesen Karabiner und die Pistole, egal was ich auswähle. Und da ist es glaube ich nur, was mit einem Ruf passiert. Ah, was zu Levels quasi. Genau. Und was für Waffen? Guck mal, du hast ein bisschen unterschiedliche Waffen, so ganz klein wenig. Kann es einfach sein, dass du dann Zielfernrohlen besser auf der Waffe hast oder so? Nee, bei den Scharfschützen erstmal nur Rückstoßdämpfer, wie du siehst. Bei Unterstützung hast du Präzision. Präzision. Ja, bei mir ist es bei drei. Und Strom und das wäre Kabelbinder erhöht, Anzahl. Ich glaube einfach, dass man dadurch ein bisschen andere Waffen kriegt, aber... Ja, ein bisschen, aber nur. Also Upgrades. Ich kann mal das Präzisionsding mal gucken, was das kann. Unterstützung oder was für eine Klasse ist das? Ja, Schütze. Ja, Schütze, okay. Dann nehme ich Unterstützung. Schauen wir mal. Ähm, soweit alle bereit? Oh ja, da war was. Wie, breit oder bereit? Ich hab das Action gesetzt. Sehr gut, okay. Ich nehme die Pläte. Du wegst die Sicherheit. Nein, das war nicht der Plan. Geh nicht alles auf. Da ist Slick. Jetzt kenne ich die Schüsse. Was ist das? Was machst du denn, Matt? Oh. Das klingt nicht gut. Ich glaube ja. Ja, geh mit hinterher. Äh, äh, Tür? Ja, du hast ein anderes Ziel für den Rohr. Ich drücke die Tür. Ah, jetzt drücken wir die Tür. Jetzt drücken wir die Tür. Zeckfu, jetzt musste er abkommen. Kommt man da irgendwo gegen dich? Ja, schau. Ah, Polizei. Zeckfu. Komm. Deckel. Sehr einfach hier oben auf der Strasse. Ah, ich bin hier zwischen zwei Beinen. Oh, komm mal wieder durch. Oh, komm mal wieder durch. Go, go, go. Boing. Boing. Ouch. Hey, Lee. Ach so gut. Vor der Welt hätte die falsche Waffe. So. Hier ist doch schon ein Politischer. Da hat er. Oh, in der Forsten... in der Forstenversteckung ist ein Symbol. Ups, ich hab ihn. Äh, Zivilist getötet. Ups, links. Einer bitte zur linken Seite. Oh, Zivilist. War ich das? Huch! Huch! Da hab ich jemand gerade hinterher geschossen. Huch! Nachladen, Zivilist. Mensch, das zieht ja auch. Auf oberer Straße. Nachladen. Polizisten rennen aber auch rum, nein. Nachladen. Scheiße, die Munition geht hier weg. Wie warme Semmeln. Ich hab schon mehr als sie gewissen abgefahren. Also, ich könnte hier, warte mal, ich kann hier in Munitionsagene hängen. Nein, lass mal, lass mal. Noch geht's. Okay. Gut, dann nehm ich immer Munition drauf. Ja. Gut. Hast du auch noch geladen? Ja. Keiner drin? Ganz schön auf der Fall, ne? Immer von... ... von die Flinte. Ja. Ach, da ist... Oh Gott, was da voll mit der Lass los hier? Hallo. Also ganz ehrlich gesagt, das ist ein heftiger Überfall. Wobei das ja gar nicht mehr überfall ist, aber nicht mehr überfall. Das ist schon ein Touristenantakter, was man hier macht. Die Polizisten hier drauf gehen. Ja. Wobei ich überleg grad, irgendeinen Film gab's, der so ähnlich war wie das hier. Get down on the ground! Get down, people! Ist er jetzt halt auf der linken Seite? Ja. Ich bin übrigens immer nichts für mich allein. Hallo, hübsche Danni. Hallo, hübsche Danni. Nur, falls einer Munition braucht, muss er's sagen. Au. Wohin rennt ihr? Guck da. Ausrufezeichen. Ja, ich seh's grad. Entschuldigung. Bleibung kurz aufgeschossen. Nachladen. Au. Au. Ich komm nicht an den Typen ran. Immer an der Seite lang natscht, ne? Hier ist's. Die stapeln sich hier schon. Ein bisschen, ja. Au. Au. Da wenn er halt gerade wäre, ist ideal gewesen. Scheiße, und keine Munition mehr. Aber lasst bitte eure Munition noch stecken. Ich hab noch ein bisschen Pistole. Oh, da hängt einer in der Brücke. Oh, da hängt einer in der Brücke. Äh, was macht denn der? Bunchy Jumping, ne? Rechts ist noch einer. Und links hinter dem Auto. So. Er hat einer Popcorn. Wollte ich ihn nicht nehmen? Schade eigentlich noch. Aufschiebt. Hebt man Muni für alle auf, oder habt ihr dann auch noch was gegen? Jeder kann dann was nehmen. Ich. Also, man klaut's ja nicht dem anderen. Nö, doch. Ich glaub, schade. Also, die Tasche bleibt liegen mit zwei Leuten neben euch. Ach so, die Tasche? Ja gut, die Tasche die andere auch. Nein, die Tasche ist einmal, das ist zu klar für jeden. Ich mein, du hast was auf dem Boden liegt. Keine Ahnung. Aber das sind das viele. Also, hier hätt ich gern mal einen Sniper. Manik! Was ist los hier? Da geht's immer ein und bin in die Tasche getrockt. Meiner ist nicht mehr da. Wir hatten noch eine. Weiß meine. Wir hatten noch eine. Ich hab meine nicht gelegt. Gut. Dann... Ich hab auch noch eine. Aber... Ihr habt aber schon gelegt? Nein. Ach so. Habt ihr eine schon gelegt? Also, ich hab keine gelegt. Ich hatte eine schon gelegt, ja. Echt? Wo denn? Zwei. Zwei. Ja, toll. Weil ich hab da die Munition nicht genommen. Gar nicht. Erlauf einfach. Da sind jetzt gerade. Wir haben gerade 20 Leute getötet. Ich glaub, du musst nur vorne in die Menge laufen, glaub ich. Jetzt erstmal. Wo sind die? Ähm. Ich werf mal hier eine Ammo-Bag hin, ja? Äh. Ja, ich muss nur schön Bescheid zeigen, weil... Ich hab das nicht gesehen, dass du vorhin eine geschmissen hast. Ich hab keine geschmissen. Ich hab keine geschmissen. Oh ja. Okay. Also, ich bräuchte dann mal langsam Munition. Weil aufgesammelt hab ich nicht mehr. Liegt doch hier. Du hast doch gerade eine hingelegt. Nein. Ja. Hab ich tatsächlich gelegt. Okay. Das ist grad gesagt nicht. Das ist grad gesagt. Ich wusste nicht, dass es funktioniert hat. Das sah nicht so aus, wie wenn es funktioniert hätte. Ah, ich hab nachknaden. Hey, komm mit mir! Ich auch. Ah, Zivilisten. Hau ab. Ah, scheiße. Ich hab auch einer gelegt. Rechts ist noch einer. Hinter dem Baum. Und die Witzel. Ah, scheiße. Also mit drei Leuten leicht. Die Tasche ist es längst, sister. Also vier Leute können keine Munition nehmen. Hey, look, change! Ich hab' den Tag genommen. Au! Wer war das? Uh! Den Zivilisten hab ich aber nicht am... Nee, das war ich. Okay. Wir müssen ja in die Seidenstraße rein. Ja. Komm hier raus, Penner. Fuck you, man. Fuck you. Ach, der ist da drin. Schaut euch um und sucht nach Benzin. Okay. Ja, wir sollen da rausbrennen, ein Typ, oder was? Ja. Da liegt doch ein. Nee, das ist zum Daseus hinlegen, wenn das hast. Das ist wie bei Left hat der mit dem Benzin einsammeln. Ja, aber echt. Ich hab' gefunden. Ich hab' welches. Dann würde ich mal sagen, ausruhigern. Dann würde ich mal sagen, ausruhigern. Ich mach' mal das... Ja, ich mach' mal ein bisschen heiß hier. Burn! Burn! Oh, da kommt einer aus dem Haus, von da drüben. Andere Seite. Nicht mehr. Ja, es kommt noch mehr. Das ist anzunehmen. Ja, da kommt der Nächste. Ah, und sogar vom Haus runter. Die kommen von hinten auch. In 10 Sekunden jetzt! Da ist schon ein Taser dabei. Schau mal, wie schnell der aus. Liegt's mehr. Horrorbeuter, geh weg. Wartung von dem Mühe, oder? Da ist ein Elm geflogen. Von rechts. Von der Schloße. Scheiße. Wir brauchen noch mehr Kasselüge. Ja, sterb. Das ist sehr schlimm. Oh, der spielt immer noch. Das Benzin ist aus. Hat jemand Benzin gefunden? Nein, noch nicht. Ich bin jetzt gerade gut an, dass das Polizei beschibt. Oh, einer mit Schirpschild. Scheiße. Oh, von hinten. Oh, da ist noch richtig groß. Scheiße. Weg, 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 weg. Alles ist so großartig. Boah, hier geht's los. Ich pass von hinten auf. Soll ich nochmal Arno schmeißen? Ja Hier liegt Einer noch auf der Straße Ansonsten im Moment ruhig Ah, ich hab nur ein bisschen Feuer nachgelegt, sehr schön Feuer warm bleiben Genau Obt ihr die Amo-Beck hingelegt? Obt ihr die Amo-Beck hingelegt? Noch mehr! Oh, ich hab mich schiefen Freude Obt ihr die Amo-Beck hingelegt? Hier, äh, bei dem Container hier drüben Ne, hä, wo ist denn das hin? Hm, sag doch Wenn du mir einmal genommen hast, ist schon recht bedient Okay Krass, das geht irgendwann weg, okay Naja, wenn zwei oder drei Wahrscheinlich genau machen wir uns wechseln Na, eigentlich kann jeder nehmen So hab ich's verstanden Oh, Helikopter Da kommt Helikopter Boah Boah Kamen Oh kass, der war von hinten Die Typen Was ist das denn? Das ist ein Geschützter, der ist Besonderes fies So, die Nummer von hinten Okay Nix Gut Irgendwas hab ich gerade auch genommen Punition Oh, dieser Tür, wo heißt das? Genau Passt du, sehr schön Wo sieht das denn aus? Ich hab mich vorhin Du hast das Feuer Und die Feuer Die Feuer ist ziemlich Auf die Straße kommt einer Von der gegenüber Von der gegenüber rounds brauche wir noch mehr Benzin Uhhh, ich hab eine Taser auf Und dann möchten wir ihn noch benutzen Sch scanning Du siehst Auf die Seite Mehr Wasser und�� ihn auf die Feuer Schnapp Fingeln Es liegt irgendwo rum Oh scheiße das ist hier Ich sehe nichts Ach da ist es Ich bin hier am Rotstern hängen geblieben Benzin Ich hab's rum Was ist hier los? Scheiße Da ist einiges los da vorne Keine Immunation mehr Dann müssen wir hier mal ausweichen Ich hab noch einen weg Ja dann lass uns das mal noch drehen Ich hab noch ein bisschen, bis zur Immunation Dann müssen wir auf einmal durch den Polizisten Wenn ihr sich kalt gemacht habt Also wir sind hier Au Also der Typ hält den Wagen aber einiges auszug Oh Er ist uns zu langweilig Schmeid auch wieder Au Au Back hier Oh They are pulling back Ha! Did you show them? Would you fight without breaking it's front? Only matter of time until the next assault though So get moving Ja, die Schrotflinte. Ob ich... Er ist draußen? Sehr schön. Wir müssen ihn mitnehmen. Warte. Guck mal, wie er aussieht, ey. Sehr gut. Wie zwingen wir den? Oh, ich hab Mine. Achtung, da hinten ist irgendjemand, der schießt. Ich seh ihn nur nicht. Hier ist keiner. Klamattengeschäft ist keiner. Und vorne? Ich seh ihn nicht. Da. Rechte Seite. Nee, jetzt hab ich ihn. Hab ihn. Go, go, go. Go, 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 go. Keep moving. Werft eigentlich von alleine oder muss man denn die ganze Zeit? Keine Ahnung, ich katsch den ganze Zeit an. Hau ihn ruhig an, das ist schon okay. Hau ihn ruhig an, das ist schon okay. Oh, Hau ihn ruhig an. Hau ihn ruhig an. Oh, da sind wir in Fahrer. Du gehst auf. Hau ihn ruhig an. Du gehst auf. Wir müssen auf der Oberfläche zu kommen. Fast. Hey, du, du gehst. Ja, super. Immer noch keine Munition. Ich kann noch eins hinlegen. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon Not für die ist. Wenn du keine Munition mehr hast. Außer für Personen nicht mehr. Achtung. Bin hier hoch. Bitch. Aheh. what was. Sturmang performance. Die Leute denken so, dass sie die Polizei waren, vielleicht nicht mehr. Ich sehe die Menge. Komm, Lady, hau ab! Verschließt sie, ey. Oh, oh, oh. So, jetzt bin ich verwirrt, Autoverarmung. Also, ich finde hier noch was. Ja, komm mal hin. Ja. Ja, lebt keiner, aber... Steck schon zurück. Oh, endlich verschießen. Na, links da ist man aber weg, falls du raus. Komm mal. Wow! You really handed their asses to them. That ought to show them who's boss. Still, you'll only run the battle, not the war. Back to the plan, guys. Fell out, not the war, Ellis 고ken. Reif Saint, on you... Whoa, whoa, whoa! Oh, oh, whoa! Wo sind sie los? Oh. Ach, scheiße! Ich würde konzentrieren uns leider. Hinten in der Glasschrebe verstecken, Jungs, hey, das ist sehr intelligent. Ah, Polizei hier. Das ist doch gut, in der Glasschrebe, da siehst du sie nicht. Ja, genau. Links. Ziemlich ab. Die Entfernung treffe ich nix. Weißt du, von wegen Zivilisten abknallen, ich würde gerne in einer Welt leben, wo, also zumindest hier in dem Spiel, wo Polizisten rote Klamotten tragen. Straight ahead. Und die Geisel, die mal ein AIM-Bot haben, oder? Ja, komm, ich meine, die laufen doch genauso praktisch wie jetzt im Westen, so dass sie unterscheiden. Eigentlich bis zu dir. Mit dem Helm und den Waffen? Hm. Das ist kein Indiz. Ach so. Komm, Lady, aus dem Weg. Was, was sich bewegt wird erschossen. Verdammt. Wenn hier aber jeder Polizei, der zu blutig verläuft, dann äh... Prost Mahlzeit, ne? Dann haben die ihren großen Nachwuchsbedarf. Sind sie nicht. Ich bin bei 40 Sekunden. Ich kann mir garne, keine Munition für meine Maschine wiederherrera. Ich bin der Dene Stauberlzeit. Das ist der Platz. 50 Sekunden, guys! Auf der anderen Seite! Auf der anderen Seite! Alex? Are you ready to pick the dice up? Anyone got a medic pack to share? How long do you think? Let's throw it! Got it! Any second! Yeah! Sure use a medic pack! Anyone got one? 10 Minuten, so we'd like some of the equipment. Okay, dig down, guys! We're not leaving just yet! Oh, was Angel? Was Angel? Was Angel? Was Angel? Okay! I need to go in. Oh, okay. Wadda, 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 Wadda! Okay, I can't see anyone. Stop, okay! Oh no! Oh, I have a mess! Komm zurück, komm zurück. Schieb, ein Schauber ist da. Amix. Ich auch nicht voll. Macht nix. Oh, Schüpp mit Schutz, Schild, Füger, Hüberschen. Weg ist er. Scheiß, schaff. Heli, über euch, über euch, ne Heli. Das ist... Das ist unsere, der holen uns doch ab. Ich habe einen Scharfschütz. Oh, Schütze. Au. Hinter uns, die Scharfschütze. Wutze, hinter dir, hinter dir Scharfschütze. Wunder, schaff. Auf dem Dach hinter dir. Ach, Schiet. Nein! Nein! All 4, das war nix. Oh, Scheiße! Das ist ein bisschen fordernd gerade, ja? Und gerade nicht wenig, ja? Ja, das war auch gut. Aber das ist noch mal ne schöne Gruppenstatistik. 505 Kills. 170 Kopfschüsse. Upsi. Haben wir es aber schon ein paar Mal gespielt? Kann sein. Ahem.